ja die jahre Leute und hallo und herzlich willkommen jetzt zu einer weiteren Folge Minecraft Tech in Light zusammen mit Markus und Foto alle ich baue immer noch an unseren schönen Feuerstellen an den Türmen rum von unserem netten Maya Tempel ich baue was richtig geiles ja ja was du nicht verraten darfst nein darf ich nicht verraten aber weißt du was Markus und ich haben danach was noch viel geileres was wir dir auch nicht verraten werden aah ich brenne du stell war schuld ich würde dich nichts löschen wenn du brenn würdest ehrlich ich werde mich auch nicht löschen ich halte das aus oh ich hab ne ich hab doch nicht zu viel gesagt hier abgenommen oder boah alter also ich brauche mal später Hilfe für mein Projekt das dauert ja ewig ne das ist doch ne wir haben auch Projekte was ja das ist allgemein Projekte das ist auch also mein Projekt ich werde mich verraten tut mir leid ach so er will vor neid abpillen oh fuck teppich sie leer äh warte bleib hier Markus setz mal den Hut auf ich hab die runter geworfen wo setzt den Hut auf hier direkt unter mir an der Ecke du warte setz einfach den Hut auf äh 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 Markus hast du noch den Mining Laser vielleicht dann gib mir ab wirst du jetzt Steuerhinterziehung machen muss ja gut ich hab noch fast sechs im Inventar aber sonst brauche ich immer so ewig bis ich jetzt wieder ich schaue Richtung Meer und es sieht aus als ob gerade die Sonne untergeht dieses Meer hat irgendwie ein komisches Flavor das haltet ich eigentlich von Optifine äh das auch noch drauf klatschen ja ob man das auch noch drauf klatschen sollen äh würde ich nicht machen bringt zwar manchmal ein paar FPS aber grad wenn du zooms verlierst du wieder welche also meh und so große Modpacks überarbeiten ist nie gut ok weil du musst bedenken es sind schon irgendwie so 180 Mods drauf und wenn du da welche hinzufügst dann muss ja die Mod die du hinzufügst mit jeder von den 180 zusammen funktionieren ok ich glaube Optifine mit Optifine würde das vielleicht sogar gehen aber also das wird die erste Turmschicht also das wird die erste Turmschicht dann kommt ne warte ab da ist die erste Turmschicht dann kommt die hier die zweite Turmschicht und da kommt die Spitz ja ja hört sich gut an ich kann ich mich nicht drüber beschweren im ersten Film gießen Markus ins Kino das ist ja geil muss ja auch noch angucken konnte nicht morgen erst raus keine Ahnung das war richtig geil vor allem viele Mercedes Autos wenn es drin vorkommen oh man ist da noch Werbung alter ach du scheiße ja dauernd im Internet steht es drin bei uns ja Jurassic World viel Mercedes so was Jurassic World Jurassic World Jurassic World ja hat der Markus nicht Second World gesagt nein Jurassic World ok ich habe Second World verstanden nein du bist also Second World du bist nur Second Wlappen so ich muss mir jetzt weitere Dekorationsmöglichkeiten überlegen oder reicht die Tempelbeleuchtung so du kannst vielleicht hier auf den oder ich platziere hier auf den Mauern irgendwas so ein Dach irgendwas machen oder so oder na 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 auf jeden Fall nicht so nackig die die Mauern aber jetzt sterbe ich ich glaube schon ich glaube also das kam für das Wetter an ja ihr wollt ja auch nicht ganz sein mit Feuer wir sind doch einmal mit Feuer bauen nein ich bin auch die ganze Zeit im Lager in Neter gewesen ich habe alle Tote im eigentlich nur durch Feuer so gut wie ich glaube ich wurde ein zweimal von euch getötet und sonst habe ich jeden Tod durch Feuer kassiert oder so mit Pigments äh die habe ich in Aufnahme noch nie getötet ja in der Aufnahme nicht aber da bist du auch schon getötet ja das lag aber nicht an mir ja das lag an Markus Premium mit Schaltern aber nicht mehr zugehen und dann war es auch nicht gedacht dass das das Zombie Pigments äh die waren gedacht um Zombie Pigments abzuhalten aber sie waren nicht gedacht dass Zombie Pigments kommen ja genau ich bin ja gut ja gut das war einfach blöd das in der Höhle der Meerweite ist die Idee ist total es nicht außerhalb der Können wir so festzuhalten wie wir gemacht haben ja ich muss ja viel hier todespunkt und so als cover er da ja es regnet der scheiß schon wieder da geht wahrscheinlich das ganze feuer aus oder nein das ist never das ist mike war da geht kein feuer aus wenn es regnet so jetzt mache ich mal das was ich gerade machen wollte wo ich verreckt bin stell dir vor du bist es ist nacht und du hast fackel und es regnet und du bist gefickt du gehst einfach aus du hast halt kein haus noch es geht halt einfach aus das ist logisch ich hole meinen neuen mostern mostern ist immer gut nach dem teleportieren hat man immer so leichte fps einbrüche ne ja ja klar macht das server tut ja auch sagen wrong movement ich sag das aber mir immer was wollte ich jetzt erholen muss was da drei stecks moss blöcke kann ich wieder zigtausend stecks cover draus machen bin ich hier 81 und da drüben bin ich bei 77 4 aber wirst du die echt so gerade hochziehen ich würde mehrere stufen rein machen mag es fast mehrere einblock stufen quasi ich brauche mehr bäume drauf wir haben ja warte ich gehe mal zum 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 vorbild da zum zum vorbild vorbild ja mein vorbild ja was du bist alles haben vorbild ja hast du bist alles aus dein vorbild jetzt ist der wohnung nein das habe ich gebaut digger es sind zwei schichten wie bei anderen turmen seit es die Frage es ist genauso wie die anderen also der nächste wo rüberkommt bringt mir bitte mal den dinger mit über den mining laser kann ich denn ich kann ich dir nicht bringen wenn man rüberkommt wissen du bist du am bau wo in dieser piste regen fackt ab naja der hat eine breite nehmen ein turm eine breite ebene dann eine engere ebene dann ja unter der art spitze erstellt ja mein jetpick ist du brauchst ja was geheimnis ja 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 nur in klein kannst du es nicht so geil bauen wie halt den großen groß kannst du halt mehr auf akzente setzen ja beziehungsweise musst du eigentlich mehr auf zenten setzen das hat schon wieder irgendjemand geschafft am feldrum zu trampeln kann die leute die immer am feldrum trampeln bitte auch das feld wieder aus der hake bearbeiten nicht mit berührt du bist du gerade hier herkommen hast du mir das ding gegeben ja ja ich bin hier aufs feld ich bin hier aufs feldrum Wir können ja auch Mehrschicht Türen setzen Nicht zwei Sondern drei Und dann die Spitze Wenn es halt einfach ein bisschen pornöser wirkt Das Hauptgebäude Dann müssen wir Dann muss ich das Ding bisschen kleiner machen Die erste Ebene Ja dann mach ich Wie weit Dann höre wie das ja So ich zieh dir mal wieder 15 neue Kühle ne Ja Ja Ich glaube am Ende der nächsten Folge müssen wir nochmal nach der Kurve gucken ob wir sie versetzen müssen Naja das siehst du doch ob Blöcke kommen Unten im Keller Achso stimmt ja Ich kümmere mich noch einmal da drum Alter der Regen der fuckt so ab Ja wir können schlafen gehen Ja Ich bin so weit weg Ja das ist doof Ja So ihr könnt schlafen Ok dann gehen wir mal schlafen Markus Fertig? Nein Nein Wir müssen auch erst ins Bett laufen Wir liegen jetzt drinnen Wir haben keine Chatpacks wo wir da hinlegen Ja und? Ja Nein Vor allem immer wieder Tag Markus ist dein Chatpack eigentlich jetzt wieder voll? Ja So halb Drei Viertel Achso ja dann lass mal noch kurz an Meins hat auch drei Viertel voll Weil ich nimm es dann wieder an mich wenn deins voll ist Meins voll bleibt Meins voll bleibt Hey du willst bloß nicht dass Markus dir dein Helm wächst Neckt Ja das auch Ähm was bauen wir jetzt äh Da hinten Ja ok Ne hier hier außen Ich überleg was ich als Verzierung der Außen hin baue Irgendwie stacheln Ich kann es zählt bloß wie viele Schläge er einstecken kann Und ob er trotzdem weitermacht Und ob er trotzdem weitermacht Wie du einen dicken Dings nimmst und einen dünnen Nur so gewinnt man Wenn du weißt was du weißt Wenn du weißt was du weißt So was da außen rum bauen Markus So was da außen rum bauen Markus Warte Du bist besser aus dem Witz Wenn du weißt Wenn du das alle zwei Blöcke brauchst Ja aber da musst du ein bisschen mehr dazu nehmen wenn die sonst diese Dinger sind Finde ich Naja was müssen wir sonst machen Bиб Ah jetzt wird man ja das Hand packets Hand packets in die W Blöcke platzieren hier In die WGF Von dem ganzen Blöcke platzieren Ich habe mindestens 1000 Blöcke platziert oder so. Ah, GW, GW. Oh nein. Du hast Blöcke gleich. Ja, 1000. Mehr sogar schon. Mehr. Ja, hoffentlich ist unser Cobblestone-Vorrat jetzt ein bisschen geschwungen. Warum Cobblestone? Oder unser Erde-Vorrat. Ne, ich baue hinten dran die Erde ab. Wow, du baust Erde ab und baust sie wieder hin. Ja. Das bringt uns weiter. Wir brauchen Scrap-Metal. Gib mir ein Monster. Wir brauchen mehr Juju-Metal. Du brauchst wahrscheinlich wieder Dings, ne? Kappa. Ja. Da muss ich jetzt erstmal wieder Sägearbeit leisten. Wahrscheinlich zerfickt es jetzt meine Säge, ja. Kaboom. Krass. Also Diamant-Säge geschrottet. Ja, schon die zweite jetzt hier am Tempel. Ne, die erste Diamant-Säge und da vordere ich drei Saphir, glaube ich, oder zwei. Bock dir nicht, Saphir haben wir genug. Ja, aber Saphir musste immer so viele mitnehmen. Diamant reicht halt eine für ein paar Tower. Boah. Seid schon geil. Aber Diamanten. Ja gut, wir haben jetzt genug Juju-Metal. Zwei Diamanten. Wir haben genug Juju dafür. Ja eben. Das kostet ja auch nur zwei Diamanten, also das können wir überleben. Du farmst ja nicht. Ne, das macht ja gerade auch die Curry. Die dürfte jetzt beide fertig sein mit Diamanten. Aber sag mal, wenn wir den Scrap-Metal-Pode, äh, den Recycler nicht hätten, wäre unser System, glaube ich, schon längst voll. Ja. Irgendwann später, wenn wir auch so ein Zeichen einfach löschen, wenn wir es nicht mehr brauchen. Ich kann es einfach in den Müll einmal werfen quasi. Wenn das System wirklich mal voll ist, dann schmeißt man einfach mal ein paar tausend Koppels rein in den Müll. Räuchst du was doch endlich? Ich weiß nicht, vielleicht habe ich falsche gedruckt, sorry. Dann muss ich überlegen, wie viele, wie viele, wir haben fast 600.000 Blöcke schon abgebaut auf dieser Welt. Nur die Quarry, ohne das, was wir abbauen, umbauen und hin und her setzen. Ja, fleißig, fleißig Und ich würde sagen, mit den Fakten beenden wir auch schon wieder die nächste Folge hier. Ja, okay, zügig, heute. Ja, Markus, willst du mal? Was? Damit wir das alles hier fair aufteilen, willst du mal die Folge beenden, nur heute. Und bis jetzt sinds man so waz Philipp von Minecraft TASTEK, Leute. Tschö�uo! Voici diese Emotionen, Menschen Promot Carolin... Bis zum nächsten Mal.